Jetzt machen wir wieder ein bisschen was zur Ballgewöhnung. Wir machen die um die ganze Welt Übung. Das heißt, wir kreisen uns den Ball einmal um den Kopf, einmal um die Hüfte und einmal um die Beine. Dann gehen wir wieder zur Hüfte und wieder zum Kopf. Davon machen wir fünf Durchgänge. Ein Durchgang ist immer, wenn wir oben angekommen sind und dann geben wir den Ball in die andere Richtung. Das ist jetzt eins. Zwei. Drei. Wenn das zu einfach wird, könnt ihr auch gerne schneller werden. Ah, einmal die Hüfte vergessen. Und fünf. Jetzt machen wir das natürlich auch andersrum. Wieder fünf Stück. Ganz wichtig, wenn es zu einfach wird, schneller werden. Wenn es zu schwierig ist, macht ihr es ein bisschen langsamer. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Noch einer. Fertig. Viel Spaß dabei. Zwei. Drei. Zwei. Drei.